...nie so richtig vorankommt. Naja. Und es geht los, wie ich gerade sehe. Wir sollten doch die Kommentatoren abändern, dass wir vielleicht einen Gedanken wert. Du 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 du. Ach ne, jetzt muss ein anderes Fenster, falscher Chat hier, sind. Ja, willkommen zu Delicon Racing. Da wird auch der Name eingegeben, wird Gemu A überschrieben, drei Buchstaben. Mehr Platz ist nicht auf solchen alten Cartridges. Und dann fängt es auch gleich an, gerannt von Alan oder Fear Lance, also man findet nicht direkt Alan im Leaderboard, aber Alan oder Fear Lance ist im Leaderboard. Und wir sehen jetzt hier die Cutscene im Intro, düstere Insel, ein Schrecken liegt auf der Insel und wir sehen hier die Statue von, oder das Monument von Witzpick, dem Schwein, der der ganzen Crew um Diddy und den anderen den Urlaub verdirbt. Das ist nicht die Diddy Kong Family, das sind ein paar andere Rare-Charaktere. Also Donkey Kong ist nicht zu sehen, nur Diddy. Aber vielleicht mal kurz, wir spielen hier hauptsächlich mit TikTok-Glock und da kommt unser indischer Elefant. Der redet auch so ein bisschen mit dem Dialekt. Und der ist ein Zauberer und der hilft uns ein bisschen dabei, das Übel von dieser Insel zu vertreiben. Ist eigentlich schön grün hier jetzt. Wir haben das ja gerade dunkel gesehen, das ist eben Witzpick, der da ein bisschen Unordnung schafft. Und wir sehen hier TikTok als Fahrer im Kart, das sind wir als Spieler, den muss man allerdings erst freischalten, den gibt es von Anfang an nicht. Aber TikTok ist eben der schnellste Fahrer, weil er der beste Zeitfahrer ist, den muss man auch erst freischalten im Zeitfahren. Und wir sehen hier schon das erste Alternativfahrzeug. Im Diddy Kong Racing kann man ein Auto oder ein Renncar, ein Hovercraft und ein Flugzeug steuern. Und der Elefant verwandelt einen in das Fahrzeug, was man dann haben will. Kann man auswählen im japanischen Menü. Er sammelt jetzt hier goldene Ballons ein. Ein paar sind hier in der Oberwelt. Also wir sind im Adventure-Modus. Und wir können in die Welten rein, wo dann jeweils vier Strecken sind und ein Endboss. Und auf der Oberwelt kann man auch hier goldene Ballons schon einsammeln, die man nach jedem gewonnener Strecke einem Sieg bekommt in dem Rennen. Und dann kann man die Tore öffnen. So ein bisschen Super Mario 64 mäßig von der Oberwelt aufgebaut. Also man braucht eine bestimmte Anzahl an. In dem Fall Ballons, um dann in die Rennen reinzukommen. Und da sind wir auch schon im ersten Rennen. Macht auch den Superstart schon. Natürlich, wie bei so Arcade-Raisern üblich, A, rechtzeitig drücken. Oder das Gaspedal beim Start. Dass man extra Boost nochmal bekommt am Anfang. Und dann geht's rund. Man kann auch Items einsammeln. Boosts am Boden mitnehmen. Da sollte man dann allerdings auch vom Gas gehen. Dann gibt's so einen grünen Boost. Der ist ein bisschen schneller als dieser rote, was er jetzt gerade noch hatte. Über den Boost. Ich glaube, das erzählt einem das Spiel auch irgendwann. Das wusste man damals als Kind irgendwie auch schon. Muss einem, glaub ich, das ist irgendwie das Spiel erzählt haben. Sonst hätten wir's damals, glaub ich, nicht rausbekommen. Ansonsten gibt's so rote Ballons, kriegt man Raketen zum Abschießen der Gegner. Grüne Ballons für Blockier-Items. Und blaue Ballons, die er am meisten einsammeln will, da gibt man extra Boost. Er wollte jetzt hier Start drücken in dem Pause-Menü. Kurz nach der Ziellinie kann man nämlich diese Cutscene abbrechen. Dann kommt die nicht komplett. Das Timing allerdings häufig genug zu bekommen in dem Run, bei denen Anzahl an Rennen ist ein bisschen schwierig. Aber wenn das First auf dem Bildschirm ist, wenn man da Pause drückt nach der Zielgerade, dann kann man den indischen Elefanten bei der Trophäenübergabe des goldenen Ballons abbrechen. Ja, und dann kommen wir eigentlich zur ersten Strecke im Spiel. Die kann man direkt betreten, auch ohne Ballons. In der Dino-Welt. Da sehen wir auch den Dino. Er hupt, wenn man's überhaupt hört im Restream. Wenn die Hupe und Item benutzen, ist beides auf Z. Darum man ja üblicherweise alles abschießt auf dem N64-Controller. Da rückt ein Knopf auf Z. Und wenn er kein Item hat, dann ist da halt die Hupe drauf. Dann hört man... Ah, jetzt sammelt er den Schlüssel ein. In den Welten sind Schlüssel versteckt. Also wir haben vier Oberwelten oder übergeordnete Themenwelten mit jeweils einem Schlüssel. Und die muss man finden. Also da hat Rare auch in den Rennstrecken noch was versteckt. Und während des Rennens muss man dann suchen. Und dann hier einen Schlüssel einzusammeln. Dann schaltet man extra Arena frei. Es ist eigentlich so der Battle-Modus, den man so auch aus Mario Kart ja kennt. Wobei die... Ja, vier verschiedene... Es gibt von den vier Welten jeweils einen Modus. Und der Kampf... Oder der gegenseitig sich abschießen-Modus, den man so aus Mario Kart kennt, der ist hier zweimal vertreten. Die anderen beiden laufen ein bisschen anders ab. Man kann sie auch abschießen. Man hat ja immer die Runden-Lavungs-Ballons hier. Dann kann man sich abschießen. Man hört auch den Runner ein bisschen tappen im Original-Stream hier. Die Fahrtechnik bei Stilicon Racing ist, dass man a. immer gefühlvoll meschen muss. Das haben irgendwie so alte N-Fan 60-Spiele so in sich. Also Wave Race hat so ein ähnliches System. Da muss man auch die ganze Zeit... Das Duk-System oder den A-Knopf... Was? Nee, B-Knopf, glaube ich. Ah, ist ja immer Gas. Da muss man den B-Knopf meschen. Hier muss man den A-Knopf meschen, weil dann... Wenn man den A-Knopf einfach gedrückt hält, soll der auch hier nicht ins Wasser fallen mit dem Auto. Es schwimmt zwar, aber es bewegt sich nicht sehr schnell. Hovercraft hat er erinnert, ausgewählt. Man kriegt immer automatischen Fahrzeug. Zugewiesen, was man fahren muss. Und da hat es geklappt. Da hat er die R1 gehabt über die Ziellinie. Und dann auf... Ich weiß nicht, Restart oder Abbruch. Auf jeden Fall kommt er dann raus, ohne dass er die Ballonkenübergabe, ohne die Zielliniegerung, sich anschauen muss. Dann kommen wir zur ersten Strecke, zur vierten... Oder doch, sind wir, ich glaube, in der vierten hier... ...Vulkan. Und da gibt es einen Glitch, da kann man Out-of-Bounce gehen. Das wird er jetzt auch machen mit dem Ballon. Da muss der Winkel stimmen und dann durch die Lava und man ist Out-of-Bounce. Und jetzt muss er halt die Checkpoints erwischen, außerhalb. Wird er wahrscheinlich meistens auf die Karte unten rechts schauen, ob er dann auf richtigen Weg ist. Weil ansonsten sagt das Spiel, du bist no, 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 wrong way. Du bist, bitte kehr um. Du bist hier auf dem falschen Weg. Und er fährt halt quasi innerhalb der Strecke. Und die Strecke werden wir öfters noch sehen. Weil das ist so die Haupt-Glitch-Strecke im Spiel. Da gibt es einen kleinen Trick an der Ziellinie. Die werden wir dann später mehrmals sehen. Wir sind gerade mal eben kurz Out-of-Bounce. Hm? Wir sind mal eben kurz Out-of-Bounce. Ach so, ja, ja. Ja, jetzt ist er auch wieder Out-of-Bounce. Da muss man immer aufpassen. Es gibt ein paar Strecken, wo man Out-of-Bounce gehen kann. Und, ähm, ja, muss man eben aufpassen, dass man nicht zu früh In-Bounce geht. Aber ja, den Trick, wie gesagt, wird man öfter sehen. Jetzt steht er vor der Boss-Tür. Gibt auch in jeder Welt einen Boss, den man besiegen muss. Und da geht er auch gleich rein. Da kommt auch gleich ein Glitch nach dem Schluck. Äh, genau. Und so ein Dino hier müssen wir besiegen. Und das geht eigentlich hier, äh, spiralförmig den Berg hoch. Man kann allerdings hier glitschen, indem man rückwärts fährt und dann hoffentlich das Spiel verwirrt, indem man hier so an der Wand lang fährt. Wenn er jetzt Wrong Way bekommt, nein, kriegt er nicht. Ähm, wenn er die ganze Zeit, wenn er da richtig den Berg hoch fährt und Wrong Way trotzdem angezeigt wird, dann hat der Trick geklappt. Dann ist das Spiel nämlich so verwirrt, äh, von seinem Gekurve hier an der Wand lang, dass er frühzeitig in die Ziellinie gesetzt wird. Aber irgendwie klappt's so richtig nicht gerade. Wie gesagt, dieses Wrong Way, was wir hier einmal rückwärts hinter der Ziellinie sehen, das muss bei der Vorwärtsfahrt auch kommen. Kommt immer noch nicht. Der Dino unten rechts sehen wir ja in der Übersicht, bewegt sich langsam so auf die Ziellinie zu. Die erste Umrundung hat er geschafft. Das ist in der zweiten. Wird immer enger. Hm, okay. Entscheidet sich für ein Restart. Hat nicht funktioniert. Aber das, äh, dürfte ja eigentlich noch in der Zeit drin sein, so ein Restart. Äh, hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet, ja. Boah. Äh, der Trick ist hartnäckig hier, scheinbar für ihn. Ach, äh, den Trick kennt man ja auch von, ähm, Mario Kart 64. Einfach quasi, äh, ja, man, man trickst die Ziellinie, die Ziellinie aus und spart durch Zeit. Ja, war Mario Kart 64, bin ja jetzt so drin, aber... Ja, die Spiele spielt, ja, da ist das wrong way. Okay, auch hier geradeaus. Mit der weiteren Steckung, jetzt sollte er dann gleich die Ziellinie bekommen. Und er ist da. Genau, ohne, dass er auf den Berg gefahren ist, oben in der Ziellinie. Den Trick sehen wir jetzt dann aber auch noch. Muss jetzt nochmal klappen, weil, ähm, die Endboss immer sagen, hier, ich hab dir nochmal eine Challenge gegeben in den Strecken und dann, wenn du das geschafft hast, dann kannst du nochmal zurückkommen und mich nochmal besiegen. Dann wird's ein bisschen schwieriger. Also, das ist halt der Singleplayer-Modus und da hat Rare dann immer so ein, ja, nochmal einen zweiten Modus dann eingebaut. Ist ja hauptsächlich der Singleplayer, was, ähm, Diddy Kong Racing von, jetzt Mario Kart 64 unterscheidet. Und, ähm, auch, dass man den Multiplayer hier im Singleplayer auch hat. Also, das ist jetzt hier diese, ähm, Free for all, jeder gegen jeden. Ähm, eigentlich abschießen mit dem Zusatz, dass man Eier einsammeln muss. Die liegen in der Mitte. Man kann aber auch Eier von den Gegner klauen. Solange sie noch blinken, sieht man unter den Porträts oben. Und wenn sie schlüpfen und, äh, Risse haben, dann kann man diese Eier nicht mehr aufnehmen und dann sind sie fest im Porträt-Menü da oben angezeigt. Jetzt klaut er bei Dipsy, der Maus. Das ist, äh, der Fahrer, den man wahrscheinlich als Anfänger vielleicht wählt, weil, also zumindest uns, meinem Bruder und mir, ging es so, dass Dipsy am besten zu fahren war. Oder die Steuerung am besten war. Alle anderen waren irgendwie zu träge. Und dann haben wir Dipsy den genommen. Obwohl sie die langsamste ist, was dann natürlich ein bisschen, das Spiel ein bisschen schwerer gemacht hat, aber wir haben es trotzdem doch gekriegt. Komplett. Ja, ich glaube, da hat einer das Ei geklaut, oder? Dann muss er nochmal. Lenkrakete. Wenn man zweimal, zwei rote Luftballons einsammelt, dann kriegt man eine Lenkrakete. Dann kann man, muss man nicht so gut zielen. Was ein bisschen einfacher natürlich macht beim Fliegen. Dann kann man den Raketen ein bisschen besser ausweichen. Und da kriegt das Amulett, ähm, oder den ersten Teil vom TT-Amulett. Da muss man auch drei Teile noch einsammeln. Das ist auch 100%. Und, ja, da sehen wir vier Minispiele. Eins von, vier haben wir jetzt schon. In jeder Welt gibt es dann eins. Zwei, die normales, ähm, Deathmatch sind, also abschießen, und ein anderes, wo man dann Bananen sammeln muss. Ja, Bananen sammeln, ähm, apropos, äh, ist man auch schneller. Also, ab bis zu zehn Bananen, dann wird man schneller. Äh, ist ja, ne Mechanik, glaub ich, die Mario Kart teilweise immer wieder kommt, mit den Münzen. Zumindest auf dem Super Nintendo war's, war's so, und dann auf dem N64 war's wieder weg. Und bei, äh, Minecraft ist es wieder mit dabei. Ja. Hab ich dann auch wieder gesehen. Ja. Hab ich nie selber gespielt, die späteren Teile dann, aber, ja. Super Nintendo und so kenn ich da vom GBA mit Münzen einsammeln. Äh, hier muss er dann auch die Silbermünzen einsammeln, während er unterwegs ist. Das ist die, äh, Schwierigkeit in der zweiten Runde der, ähm, der Strecken. Acht Silbermünzen, da ist der Counter ja links, so sehen, der Münzenstapel, und trotzdem erster werden, was schon eine ganz schöne Herausforderung ist. Also, ich glaub, blind schafft man das dann nicht mehr so wirklich. Ähm, was das erste Mal Casual spielt. Er ist halt hier mit dem schnellsten Fahrer auch unterwegs, macht's das ein bisschen einfacher. Aber Titi hat man halt nicht am Anfang, wenn man alles freigeschaltet hat. Oder Titi selber noch nicht freigeschaltet hat. Mhm. Ja, alle Coins eingesammelt, in der ersten Runde schon, und dann, gut, das ist auch die einfachste Strecke, das sollte auch die erste Strecke normalerweise immer sein, die man ohne Ballons, glaub ich, schon betreten kann. Und ich weiß gar nicht, ob man überhaupt gleich einen bekommt, so. Also, man sieht für einen kurzen Moment, wie so dieses Itemfenster aufploppt, und das dann auch sofort wieder verschwindet. Wenn man genau hinguckt, wenn er so einen Ballon einsammelt. Ja, manchmal behält er den Ballon, aber auch ein bisschen länger. Okay. Aber die Boos sind meistens schnell weg, ja. Und was man eben auch schön gesehen hat, äh, ja, es gibt hier Gegner, aber nein, die sind für uns keine Bedrohung, weil wir einfach zu schnell sind. Ja, die können einen maximal abschießen. Und, ähm, Ölpfützen legen, also die grüne Ballons sind im ersten, im einen grünen Ballon gesammelt hat, äh, hier hat er selber eine Ölpfütze abgelegt. Da kann er auch manchmal reingeraten. Kommt ab und zu vor. Da an der Pfütze vorbei. Normalerweise sollte man die vorm Boost legen, weil da die meisten ja drauf zusteuern. Und dann kann man den Gegner erwischen. Blatter fragt gerade, wie viele Runden gefährdende RNG gibt es in dem Game? Oh, da hat er die Münze verfehlt. Das ist schlecht. Ach, vielleicht der Jump. Vielleicht so, das ist vielleicht so das Maximum an RNG. Äh, wie gesagt, also die Gegner hat man gut, eigentlich gut im Griff, so im Speedrun zumindest. Ansonsten RNG gibt's das nicht so viel. Ähm, man kann, man, das mit den Eiern ist vielleicht noch, also das Eier Klauspiel war ja gerade, wie sehr, ob die Gegner einen, äh, beklauen wollen. Das können wir, glaube ich, noch unter RNG, ähm, einbauen, ähm, das andere Battle-Match, das kann man ja sogar, ähm, manipulieren. Ja, da wollte er es dann, die Lava. Muss er noch nicht ausdruck bauen, dann muss er noch die Münzen sammeln. Also so viel RNG gibt's, gibt's eigentlich nicht, jetzt bei der Übersicht nicht. Mhm. Also übliches Gegner-Chaos manchmal, aber ist ja meistens am Überrunden, bis auf jetzt, weil er hier die Münzen einsammeln muss, hat eine verfehlt. Kann er nicht out of bounden gehen. Oder dürfte nicht out of bounden gehen? Genau, mit, ähm, ähm, dem Flieger, ähm, Flugzeug hat man auch, ähm, diese Seitwärtsrollen, äh, die Barrel Rolls, und da ist man eigentlich, da ist man schneller mit, da kriegt man die Höchstgeschwindigkeit höher gezogen. Macht allerdings meistens jetzt hier, da macht man auf der Geraden, äh, zur Seite. Da hat man immer so einen Driftknopf und der Driftknopf ist beim Fliegen eben, ich glaub, engere Kurven nehmen und da klappt das mit dem Aufbauen nicht. Nur in die Lage gesteuert und, ähm, ja, Barrel Rolls kann man mit dem R-Knopf, dem Driftknopf hier, immer zur Seite durchziehen, wenn man's nach vorne oder hinten macht, dann macht man ein Looping. Den könnte man eventuell später sehen. Gewollt, oder, auch aus Versehen, wenn man halt den Analogstick verreißt. ja, und damit ist die zweite Runde in der Dino-Welt auch durch und man kann den Endgegner noch mal gegen den Endgegner noch mal antreten, wie er sehr versprochen hat. und der ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen schneller unterwegs, wird aber wahrscheinlich auch mit dem Dreck angehen und wir werden den Berg nicht sehen, wie der obere Teil ausschaut. Da kann man nämlich auch abkürzen, da gibt's einen Tunnel, der einmal so quer durch den Berg geht. Nee, da kommt kein Wrong Way, wenn man richtig fährt. Weiß gar nicht, ob das ein bisschen orange hier oder so dabei ist, also ganz unter Kontrolle sieht's auf jeden Fall immer nicht aus, wenn ich das immer anschaue, den Trick. Das ist Wrong Way. Diesmal klappt es schneller. Ja. Die Bäume hat auch der Dino rumgerissen, die da im Weg stehen. Also wenn man hinter dem Dino unterwegs ist oder hinter den Endgegnern, dann hat man irgendwas im Weg, was einem den Weg versperrt. Und dann Reset. Das Spiel speichert ziemlich schnell nach der Ziellinie von den Endbossen, dann kann man Reset machen und irgendeine Katze noch so überspringen oder was auch immer da nochmal war. dann im Fahrerbildschirm auch wieder TikTok auswählen und zurück in den Abenteuermodus. Da oben sehen wir bei dem Monument von Witzpick den Gesicht in den Felsen, dass eine Hälfte jetzt etwas heller ist. Das ist, weil wir die erste Welt jetzt geschafft haben. Und wenn wir alle vier Welten geschafft haben, dann können wir gegen den Endgegner antreten. Eben Witzpick, das Schwein, was da für Unordnung gesorgt hat und was da eben verewigt ist. an der Wand. Unser Elefant möchte jetzt auch ein Wettrennen. Der möchte auch mit allen drei Fahrzeugen ein kleines Rennen über die Insel und mit dem Rennauto ist jetzt hier die erste Challenge geschafft und kriegt auch wieder einen Ballon für den er auch einsammelt. Und dann müsste das Auto wechseln, dann muss man hupen, dass er Elefant kommt, dann wählt er Hikogi aus, das Flugzeug im Menü und dann geht's weit in die Eiswelt. Und da geht's dann ein bisschen hin und her. Also wir machen jetzt nicht komplett linear alle Welten durch, wir biegen auch mal kurz ab. Halt je nachdem, was schneller ist. Ja, da ist ein kleiner Trick, schneller. Kommen wir dann noch zu den Trophy Races, da gibt's einen größeren Glitch oder Wrong Warp, den wir dann auch mehrmals sehen werden. Deswegen biegen wir da ein bisschen hin und her ab. Ja, die Eiswelt oder eigentlich auch Weihnachtswelt, also irgendwie ist alles Weihnachten, ist auch ein bisschen Jingle. Oder die Musik richtet sich eher so an Weihnachtsmusik. Hat auch immer irgendwie kleine Klöckchen oder so teilweise im Soundtrack. Ja, er hat ja auch so ein Schutzschild da mal kurz aktiviert. das ist so wenig sinnvoll. Gegner schießen ja kaum auf einen. Zumindest hier in dem Modus. Soll ja eigentlich noch Anfänger sein, also man spielt ja erstmal die ersten Strecken eigentlich einmal durch um den Boss und dann eher so zweite Runde ist dann mit den Münzen. Aber hier ist Weihnachtsdorf, sieht man auch an ein paar Häusern. Wird lustig gedriftet, überrundet, da ist Diddy im Weg. Ein paar andere Charaktere sind weniger, also die Schildkröte oder den Hahn. Konga kennt man noch, der hat hier noch die guten Zeiten, als er brav war und den Kinderspielen noch erlaubt war oder mitmachen wollte. Benju ist auch dabei, aber ja gut, er hat sich nie auf die Schiefe Bahn geraten. Außer, dass er mal Autos zusammenbauen wollte und das Genre gewechselt hat, aber das ist ja nuts and bolts, ja, ich weiß. Kann man vielleicht auch als Schiefe Bahn bezeichnen. Ja, aber daran merkt man halt, das Spiel wurde von Rare entwickelt, bis halt die Figuren auftauchen. Das Schneeball Valley, gut zu erkennen an den Schneebellen, da kann man geblättet werden, wenn man falsch da fliegt über die Schanze. Ja, also Conker ist da noch gut, weil da gab es glaube ich nur das eine Conker Gameboy Game. Da jetzt hat er den Schlüssel, der ist auch gut versteckt um die Ecke, hat er den zweiten Schlüssel. Auf der Strecke. Hier geht es auch Eis links und rechts, allerdings hat man hier keine normale Eisphysik, also so rutschend, zumindest auf den Strecken, auf den Rennstrecken, sondern man bounced eigentlich nur auf, dann hüpft immer das Auto so hoch, werden wir glaube ich aber noch in der nächsten Strecke sehen. Auch schönes Abbrechen kurz nach der Ziellinie, um den zumindest den Luftballon Trophäenübergabe zu skippen und weil er den Schlüssel eingesammelt hat, schaltet er hier das Minispiel frei. Da gibt es eine lustige Manipulation, ich denke, das werden wir dann sehen, wenn man vom Timing gut herkommen muss. Auch mit dem Flugzeug jetzt hier gibt es die Turbos auch in der Luft, durch die Dinger fliegen. Man kann allerdings die auch am Boden auch aufnehmen, wenn man dann nah genug am Boden fliegt, manchmal ein bisschen tricky. Da kriegt er auch den Ersten. Und immer grüner Boost gegen die Wand. Naja, gut, nicht so gut. Da hat er mal den am Boden nicht gekriegt. Muss man eben Bodenkontakt da herstellen vernünftig. Und die Looping zur Seite, um dann noch ein bisschen die Hochgeschwindigkeit zu halten. Tikalia meint gerade, anstatt irgendwelche Dinos als Bosse, hätte ich mir aber Bosse aus dem Rare-Spielen gewünscht. Puh. Naja, die Insel ist was eigenes, also. Ich weiß gar nicht, ob, also es gab nicht so viele, es war ja eines der ersten Rare-Spiele, 97. Da gab's Ja, Rare existierte ja zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen länger, die haben ja schon in der Est-Zeit Spiele entwickelt. Ja. Ah, da ist der Looping. Der hat aber komisch ausgesehen, weil er da irgendwie das Spiel weicht dem Balken aus. Ein bisschen, das war lange Rückwärts-Luke. Ich glaube, da wird einfach das Spiel den Dings ausweichen. Ja, Rare hat schon eine längere Geschichte, ja, eigentlich habe ich ja die Rare-Entology oder Rare-Replay. Ich weiß aber gar nicht, welche Bosse man da auswählen würde. Es ist ja halt ein Rennspiel. Ja, generischer Racer, also der Adventure-Modus hat, ist glaube ich, schon recht was Eigenständiges hier von dem Spiel oder Alleinstellungsmerkmal. Das wollte ich suchen. Ansonsten, ja, es ist halt der Mario Kart-Konkurrent. Und auch wirklich Konkurrent, also es, ich glaube, andere Kart-Racer sind weniger bekannt als Dedicom-Racing. Aber es gibt nur mal nicht den N64-Teil. Ja, es gibt noch ein Remake für den DS. Ich habe mal jetzt das Bouncing gesehen am Eis, das ist einmal abgekommen, das ist ein bisschen eng, die Strecke, am Ende der Runde. Also es gibt auf dem DS, haben sie ein Remake gemacht, das sind allerdings, glaube ich, die Bosch-Strecken mit dem Touchscreen. ein bisschen verunstaltet worden. Ich habe es nur einmal kurz ausprobiert und habe kaum Erinnerungen dran. Okay. Ich habe es nie gespielt, also auch den N64 nie. Wie gesagt, N64, da haben mein Bruder und ich lange dran gesessen. Das war einer der wenigen zweites oder drittes N64-Spiel nach Super Mario 64 und keine Ahnung, was da vielleicht dazwischen war, aber musste man lange mit auskommen. Es war schwierig genug. N64 habe ich quasi geskippt. Also ich habe mit dem Asness angefangen und dann mit dem Gamecube ging dann halt meine Videospielleidenschaft erst wieder richtig los und daher ist der N64 an mir vorbeigegangen. Ja, das N64 war bei uns die erste Konsole, wo erlaubt war, dass wir die kaufen durften nach einem Gameboy. Super Nintendo kenne ich nur von Freunden, die es irgendwie ältere Brüder oder so hatten oder Eltern, die das dann schon gekauft hatten. Zumindest zur damaligen Zeit. Ja, es sieht relativ einfach aus, weil er halt den schnellsten Charakter hat, aber es ist eigentlich als Rare-Spiel ist, die waren ja damals schon bekannt, dass sie relativ schwer waren und da würde ich auch Silicon Racing einschätzen aus der damaligen Casual-Zeit. Aber da hat man auch kaum Videospielerfahrung von dem her. Aber Rare-Spiele galten damals immer als besonders schwer. Ja, und hier der Endkampf gegen das Valros im Hovercraft. Im Hovercraft pendelt man immer so links-rechts, das macht auch aus irgendeinem Grund ist man dann auch schneller im Hovercraft. Ich glaube, man drückt aber auch oder hält R dann die ganze Zeit, um dann ein bisschen besser die Kontrolle zu behalten. Ja, Hovercraft ist so ein bisschen indirekte Steuerung. Man hält so die Geschwindigkeit in eine so ein bisschen in eine bestimmte Richtung. Und da hat er den Boost auf dreimal auf eingesammelt, den blauen Ballon und Vollboost mal einsetzen können am Schluss. Ja, vielleicht mal kurz, warum wir die japanische Version überhaupt spielen, nachdem er jetzt hier ja schnell nach dem Speichern geresetet hat. Die japanische Version erlaubt eben ein paar Glitches, die in der europäischen Version nicht da sind und in der amerikanischen also es geht für diese Kategorie geht die amerikanische 1.1 Version auch, weil aus irgendeinem Grund bei einem Glitch die 1.0 Version crasht, aber bei der 1.1 Version funktioniert es scheinbar so wie in der japanischen Version auch wieder. Und in der europäischen Version crasht es auch. Also bei der Versionsnummerierung, die nach oben geht, da ist irgendwie dann crasht das Spiel weniger, aber der Glitch, mehr Glitches sind drin. auch das Horrorcraft-Rennen das dritte gegen den Elefanten und so ein Helfer da sehen wir auch die Frösche immer am Strand da gibt es einen Frosch den man irgendwann freischalten kann der hat eine rote Kappe auf der wenn man den überfährt dann schaltet man einen Fahrer frei der ist glaube ich in der Lore verwandelt worden es ist der Hahn den er auch im Hauptmenü hat der gesellt sich dann in der oberen Reihe dazu TikTok ist dann der extra Fahrer der in der unteren Reihe dazu kommt und dann von acht ursprünglichen Fahrern dann die Zahl auf zehn erhöht hier sieht man auch wie schön das Horrorcraft über Wasser und Land fahren kann bloß manchmal dann die Jumps an den Kanten zum Übergang so ein bisschen tricky ja da gibt's den Ballon und dann jetzt nach der ersten Runde der Eiswelt gehen wir jetzt in die Tropen ins Inselreich eher es ist eine Piratenlagune glaube ich das ist eine also Karibik also der komplette Kontrast eben noch als Kalt und jetzt halt Truppe Schwaben genau die Klimazonen hängen da auf der Insel recht nah beieinander ja genau das ist die Piraten Lagune jetzt auch nicht direkt was besonderes jetzt hier außer dass man ein paar Schiffe hier versenkt sind im Tunnelteil wenn man nicht links rechts fahren sollte dann ins Moor oder so oder was auch immer grün ist das ist Timber steht im Weg die Schildkröte da ist auch ein Panda dabei und das Krokodil Benchu war da auch mal kurz zu sehen ich glaube ohne Kazooie im Rucksack nur Benchu dabei letzten Endes sind nette Statisten weil wir einfach schneller sind als die ja aber ich erwähne es ja halt einmal das Fahrerfeld weil im Intro kommen die auch mal vor und der Run ist doch ein bisschen lang habe ich dann festgestellt auch wenn man jetzt viel zu zählen hat ja Estimate ist noch so ungefähr noch noch schon der 45 ist noch über vom Estimate ja ja 1,47 war glaube ich der Weltrekord auf jeden Fall dauert es noch ein bisschen wenn das Spiel komplett durchgespielt hat er ist 1,43 und die pb von allens liegt bei 2,8 ja beim gdq bei dem all trophy race da war es ein bisschen ektischer zu kommentieren so in den 25 minuten oder sowas das war schnelles 3er race ist ein bisschen ähm da ist das Tempo von diesem 100% war doch ein bisschen geliegener man sieht man sieht auch immer tiktok da in der mitte der welt laufen ich weiß gar nicht was er da einem für tippt geht aber eigentlich ist der charakter im avenger modus ist er halt da in den welten drin und an sich nicht als fahrer da direkt dabei äh das war jetzt auch irgendwie piratenbucht wie es auch immer hieß auf jeden Fall ist ein piratenschiff mal befahrbar und Riesal meint eben dass bei dem 3er race du fest zum sportmoderator wurdest ja das war ein rennen das war ein spannendes dabei die 3 haben sich wenig gegeben nur 2-3 sekunden irgendwie abstand irgendwo ist immer einer dann in irgendeine Pfütze oder ist abgeschossen worden oder hat einen Trick nicht bekommen das hat ein ganz anderes Tempo gehabt jetzt hat er die 10 Raketen gehabt wenn man 3 mal den roten Ballon einsammelt also beim ersten mal normale Rakete dann Lenkrakete wo man besser zielen kann dann verbessert sich quasi auf die 10 Raketen was ein bisschen jetzt holt er den Schlüssel noch im Wasser sieht man wie schnell das Auto im Wasser ist hat auch rückwärts gang im Wasser ohne Propeller also ich glaube im modernen Spiel würde man dann ja würde sich wahrscheinlich das automatisch wechseln das Fahrzeug aber in dem Spiel ist man einfach nur ein bisschen gearscht wenn man ins Wasser fällt mit dem Auto aber in dem Fall muss man es ich glaube im Multiplayer zumindest kann man frei auswählen mit welchem Fahrzeug man die Strecken befahren will da kann man dann auch Hovercraft oder Flugzeug wählen ich glaube in irgendeinem N64 Videokassette oder so oder wo das Spiel mal beworben wurde dann wurde auch gesagt man kann dann gegen Freunde und so antreten und jeder kann das wählen was er will warum man dann allerdings nicht einfach Flugzeug wählt weil man dann ja eigentlich alle Vorteile hat weil man überall abkürzen kann ähm da schließt mir dann nicht so ganz also ich glaube wir haben wenig Rennen gegeneinander gespielt im Splitscreen wo man verschiedene Fahrzeuge hatten aber es geht zumindest ja jetzt mal mal ein bisschen karibik karibischer flair zumindest im Originalstream haben wir ja auch schöne Musik die man normalerweise aus hat weil N64 Spiele ja die Angewohnheit haben dass mit Musik das Spiel etwas ruckelt also Musik geht auch beim N64 von der Prozessorleistung ab von der Hauptprozessorleistung und deswegen stellen die meisten Spiele die da Legs haben dann die Musik komplett aus so Didicon Racing und Wave Race 64 also gerade die Rennspiele mit der guten Musik stellt man dann Musik aus und muss dann sich irgendwas selber drunter legen damit das Spiel etwas flüssiger und schneller läuft hatte das Super Nintendo nicht da haben sie einen eigenen Prozessor eingebaut für die Musik aber N64 da muss ich Spiellogik Musik und bisschen Grafik den Hauptprozessor teilen und dann verschluckt es manchmal ein Frame ja und die kann ja meint eben im Chat es gibt aber auch eine Menge Strecken die einfach nicht für Auto geeignet sind ja sobald viel Wasser dabei ist wüsste ich nicht warum man da Auto wählen sollte aber es ist auch ein bisschen hier eine Wasserwelt also wir sind jetzt am Octopus der nächste Endgegner der dritte in der ersten Runde mit dem ersten Durchgang hier für ihn die starten die starten auch alle ein bisschen schneller also haben ein bisschen Frühstart und der legt die Seifenblasen uns in den Weg das ist wenn man den Grünballon einmal sammelt kriegt man eine Ölpfütze die bleibt auch an Ordnungsstelle auch im Wasser löst sich nicht groß auf dann gibt es eine Stachelbeere da war eine Stachelbeere gelegen ach ich glaube in der Runde gibt es nur Stachelbeeren oder Stachelbeeren sind in der Runde zwei grüne Ballons sind eben Stachelbeere und drei grüne Ballons sind dann Luftblase wo man dann nicht nur getroffen wird sondern dann kurzzeitig verharrt und nach oben gezogen wird und hier hat er immer drei blaue Ballons und setzt einen super Boost ein wo ist er auch irgendwie erst kurz der zündet auch ein bisschen verzögert so wird man irgendwie auf Ort und Stelle und dann zieht es einem erst nach vorne und Reset naja das Spiel schnell speichert auf den Cartridge brauchte man weniger dieses bitte warten bis gespeichert wurde man kann allerdings auch manchmal ein bisschen zu schnell resetten irgendwie so bei den alten Pokémon Spielen da kann man auch schnell resetten beim Speichermodus aber da dauert es meistens mehr als ein Frame glaube ich als was es hier bei Delicone Racing braucht genau Elefant muss uns wieder verzaubern ah ne hier geht es ins dritte Rennen mit dem Elefanten schöne Kollisionsabfrage da im Tunnel ja ja das ist ein bisschen blöd ja dann verliert man die Höhe mit dem Flugzeug und dann muss man auch erstmal in den Gänge kommen sah auch eben etwas irritierend aus als einfach so als ob da eine unsichtbare Wand wäre gegen die er geknallt wäre ja Kante hat sich ein bisschen weit gezogen oh da war der Baum im Weg macht es ein bisschen knapp hier ja mit den Kurven zu nehmen aber immerhin der Elefant ist in Sichtweite und jetzt hat er ihn überholt nice soll der jetzt auch nicht das große Problem sein ich glaube der wird schon schwerer mit den veränderten Challenges aber ich lese nicht der große Endgegner aber schneiden die Kurven wie sonst was ja manchmal ein bisschen zu arg jawoll damit hätten wir das erledigt genau dritter Ballon es gibt 39 Ballons insgesamt also ist immer gute Halbzeit jetzt mittlerweile und jetzt geht es in die Dino Welt zurück die haben wir ja eigentlich abgeschlossen zweimal den Endgegner schon besiegt also einmal normal und dann die Münzen Runde es gibt noch eine Trophäen Aufgabe Trophäen Challenge das das hat er jetzt da die Vitrine sich ausgesucht oder hingefahren und da tritt man gegen die Gegner nochmal an auf allen vier Strecken dieser Welt und kriegt dann quasi Punkte also so wie Mario Kart generell ja glaube ich die Cups immer sind der Sieger kriegt zehn Punkte die anderen dann weniger je nach Platzierung und dann gibt es einen Gesamtstand am Ende und man muss eben dieses Trophäenrennen gewinnen am Ende dann in der Rangliste erster bleiben und da gibt es einen lustigen Glitch und Wrong Warp dann am Ende weil also die Dino-Welt Strecken werden wir noch ein paar Mal sehen die sehen wir mit am häufigsten im Gegensatz zu den anderen Welten wo man glaubt die Strecken immer nur zweimal sehen werden wir hier so zwei plus vier sechs mal die Strecken sehen weil eben die Dino-Strecken schneller oder das Trophäenrennen zumindest schneller geht als in den anderen Welten Trophäenrennen zu machen weil die Strecken ein bisschen länger sind so zumindest die Erklärung im Guide ich hätte jetzt über den Daumen gepeilt eigentlich vermutlich dass die Strecken jetzt nicht so arg viel länger sind aber zumindest der eine Trick für ein bisschen Zeit da fliegt auch gut durch die Gegend hier der Flugdino macht glaube ich gar nichts der grüne Dino der kann einblätten da ist er noch gerade so in den Boost gekommen sonst wäre er auch wieder ins Wasser gefallen und ja Rennauto und Wasser das haben wir gesehen wie langsam das ist an der Palme vorbei rechts in der Ziellinie ja drittes Rennen dann im vierten Rennen im Vulkan dann sehen wir den Wrong Warp da gehen wir dann auch da geht es dann auch out of bounds und dann in so eine Ladezone und dann kommt man früh wieder aus dem Trophäenrennen raus und landet auf der Oberwelt also irgendwie da ist eine Ladezone jetzt dann im kommenden Rennen in der Nähe der Stadt Ziellinie und da wird man dann rausgeworben in den Adventure Modus und das ist der Trick der nur in der japanischen Version funktioniert und in der amerikanischen 1.1 Version und amerikanisch 1.0 da ist auch Wasser auch fast versenkt hier an der Brücke aber er ist immer auf dem ersten Platz er überrundet ja gerade auch alle das ist einfach noch krass also den Champion Titel hat er sicher genau jetzt wieder im Vulkan und hier geht es diesen Wrong Warp immer gespannt drauf Out of Bounds fliegen und jetzt geht es zurück zur Stadt Ziellinie und da irgendwo in der Nähe ist da so eine Ladezone oder muss erstmal die ja versuche den Punkt dahinter an der Seite zu erwischen jetzt wird es dunkel und jetzt kommt er in der Dino-Welt raus äh nicht Dino-Welt Drachen-Welt so asiatisch ein bisschen glaube ich angehaucht die Welt haben wir noch nicht gesehen aber das ist die vierte Welt auf der Oberwelt die ist verborgen hinter dem Wasserfall mhm so am besten versteckt und ja ähm man hat die größte Wahrscheinlichkeit es ist Zufall wo man rauskommt also in der Welt und mit Flugzeug hat eine ähm hat die größte Wahrscheinlichkeit wenn man mit Auto rauskommt hat eine andere Wahrscheinlichkeit und beim Elefanten rauszukommen hat auch äh ist mit am geringsten und ähm ja das Trophäenrennen läuft eigentlich noch und wir können dieses Trophäenrennen jetzt abschließen indem man ein Rennen gewinnt und jetzt geht's auch direkt in die nächste Manipulation von dem Rennen ich glaub mit Trophäen bleibt man jetzt erstmal er macht jetzt äh 180 Grad Turn und jetzt macht er eine kleine Manipulation hier in diesem Deathmatch Modus ähm fährt schnell nach oben äh holt sich die Lenkrakete schießt den ersten NPC ähm da ab der wird jetzt gleich erledigt der vierte Schuss ähm um ihn zu äh komplett zu erledigen macht der Computer der andere Computer er übernimmt hier noch Diddy erledigt den und jetzt muss noch Conker dran glauben obwohl Conker hat die Aufgabe den anderen CPU Kollegen zu erwischen nicht vernünftig erledigt wenn man das vom Timing eigentlich herkriegt dann schafft man das aber ich weiß nicht ob jetzt der Panda hängen geblieben ist vielleicht sogar also es gibt ein Setup wo dann wirklich oben man in der Etage dann fertig ist äh das hat aber ging sich aber irgendwie nicht aus in dem Fall irgendwas irgendwas ist das schief gelaufen klappte dann mit dem Setup nicht ganz ja aber gut auch so geschafft ähm nicht auf die sauberste Art und Weise aber das ist auch also zeitabhängig man muss schnell oben sein eben wie 180 Grad hören und dann äh den Gegner relativ schnell abschießen ja das ist da eben ein bisschen merkwürdig aus wie er durch die Tür gegangen ist ja da schickt einen die Koalition der Freude manchmal so schräg und jetzt versucht er ich weiß es gar nicht ich glaub er möchte sich einfach nur kurz woanders hin teleportieren deswegen verliert er den Battle jetzt hier ja einfach sich ein paar Mal selber entnädt er hat jetzt das Rennen beendet vom Trophäenrenn und hat jetzt die Trophäe von der Eiswelt bekommen obwohl er erst dreieinhalb Rennen in der Dino-Welt gefahren ist dann hat er das Minispiel gewonnen dafür das Puzzleteil eingesammelt und dann in der Dino-Welt das Rennen verloren oder beendet und damit hat er das vierte das Spiel denkt dass das vierte Trophäenrenn damit erledigt ist und hat die Trophäe der Eiswelt bekommen und so machen wir jetzt die anderen drei Welten die Trophäen jeweils und die Bonus-Welt noch indem man erst die Dinos anfängt dreieinhalb Rennen zu fahren und dann in die andere Welt mit Wrong Teleport geht und da dann die Trophäe beendet etwas schneller aber den Trick sehen wir noch ein paar Mal in anderen Ausführungen dass wir Münzenrennen in der Eiswelt die liegen auch überall nicht komplett da in der Einödne im Wald aber schon immer am Rand ja da fast im Wasser aber gut umschifft oder umdriftet dass er nicht ins Wasser musste vorbei am Weihnachtsdorf und jetzt ja den Boost nicht mitgenommen haben um da die Münze zu erflischen Öllache vom Gegner weiter Überrundung wobei am Hahn dem anderen Bonus-Charakter den man freischalten muss und ja die animat den Autofil mit der Trophäenübergabe wieder bekommen aber den kann man dann auch ab abbrechen also verliert man so viel Zeit wenn man es einmal geschaut hat zurück im Schneedorf im Schneeball Tal auch wieder Münzen einsammeln ja schon ein bisschen linearer wie halt ein Rennspiel so ist ein bisschen linear aber immer wieder mal mit einem Trick zwischendrin dabei da halt der Oberwelt Ticalian die Silbermünzen mit die als Fahrer und ohne Speed-Up-Tricks war schon fast das schwierigste am gesamten Spiel meiner Meinung nach mehr als die Bosse ja das war schon anstrengend könnte ich und mein Bruder auch so bestätigen also der Schwierigkeitsgrad zieht das schon an es ist ja auch die zweite Runde mit den Silbermünzen man muss auch das Rennen gewinnen das ist ja noch das zweite nicht nur einfach die Münzen einsammeln hier gibt es einen schönen Looping der war nicht so gut der Looping ich glaube die Münze hat er verfehlt es gibt aber auch den zweiten Looping da kann er zwei Münzen einsammeln mit einem jetzt ja Treffer eine Münze oben und eine unten an dem Querbalken ich glaube er verfehlt doch ein paar Münzen hier mal auch nochmal eine extra Runde wieder vorbei wieder vorbei was was in den Querbalken oh oder ah ja ist ja vorbei und das jetzt ach ja das Flugzeug zieht so nicht nach oben da muss man erstmal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und wieder na doch eingesammelt okay die war ein bisschen hartnäckig die Münze aber ja also im Renntempo die Münzen alle zu sehen und dann einzusammeln ist ich glaube so auf Anhieb kriegt man das nett wenn man das Cashflow spielt das wäre mir unheimlich wie man schaffen würde aber sie hat das Spiel schon mal gesehen ja die Strecke mit dem Looping da kriegt man auch automatisch Boost damit man nicht runterfällt denke ich mal es gibt keine Möglichkeit da ohne Boost durchzukommen in dem Looping deswegen kann man es nicht ausprobieren auch wieder die Münzen nah am Rand also sehen wir wahrscheinlich gleich wieder den Ice Bounce wenn er nicht eh dann wieder im schmalen Grat links vorbei wieder das Eis erwischt ja viele Laternen hängen da auch im Tunnel haben wir ja demnächst wieder Laternen und so oder keine Ahnung ich kenne mich mit Diddy Kong Racing nicht so gut aus jetzt meint es so im echten Leben mit dem Laternen Umzug aber die Laternen entweder hupen wenn man zu häufig Z drückt letzte Münze und rein in die Berundung wenn der Berg nicht im Weg wäre wenn schon Konker natürlich als letztes hier unterwegs und da kriegt das zweimal zweimal Pause oder Pause Pause Buffer kriegt da doch die Siegerehrung und moin Planet Gaming Eschma 666 das weckt das Spiel weckt nicht nur bei dir Erinnerung Da kommt die zweite Runde mit dem Varos mit seiner Fliege gut angezogen Ja Laternen Umzug müsste eigentlich demnächst sein Dank Martins ja und wieder schön gedriftet hier mit dem Hovercraft aber durch den Tunnel das kann auch ein bisschen blöd ändern also die bisschen schwammige Steuerung vom Hovercraft und die engen Tunnel da kann man sich vor allem mit dem Endboss wenn der sich dann auch noch dazwischen quetscht kann es eng werden vielleicht auch hier über alle Ecken eine Schneeball ausgewichen hat jetzt aber hier nur einen Boost nicht drei ah doch ein Abstoß von der Wand und mit dem Boost dann über die Ziellinie geflogen und sofort der Reset wieder um da irgendwas zu überspringen was ich jetzt aber nicht mehr wüsste was genau irgendeine Cutscene wahrscheinlich also der Sankt-Martins-Tag ist am 11. November okay der Laternenumzug ist ja am Sankt-Martins-Tag wenn ich mich recht erinnere und wieder und wieder Elefantenrennen ne das ist einfach nur man kann da auch das Fahrzeug ändern um dann auf der Oberwelt schneller voranzukommen oder überhaupt leichter zur Insel oder so zu kommen aber jetzt wählt er halt hier Flugzeug aus um dann wieder leicht schneller in die Dino-Welt zu kommen weil Elefantenrennen haben wir jetzt alle erledigt da gibt es nur drei es gibt ja nur drei Fahrzeuge und die haben wir alle drei Challengers mit ihm erledigt ja nochmal das Trophäenrennen das haben wir ja einmal schon abgeschlossen also für die Eiswelt jetzt kommt die Variante ich denke mal für die Inselwelt oder da haben wir den Schlüssel ich denke da wird dann das Minigame dann auch wieder kommen ganz die Reihenfolge habe ich im Kopf aber es müsste eigentlich jetzt so sein aber jetzt auch wieder die Dino-Welt drei Strecken fahren und in der vierten machen wir dann den Wrong Warp wieder auf die Oberwelt zurück wechseln dann wieder in eine andere Welt um da dann die Trophäe abzuholen um da das Trophäenrennen zu beenden die Trophäe für die eigentliche Dino-Welt die bekommen wir glaube ich am Schluss sollte am Ende der Route sein hupt häufig gute ja man masht dann wahrscheinlich auch Z immer mit den Items zu sagen ich habe nur ein Online Spiel was so halb arcade aber mit echten Autos war und da gingen uns immer die jenigen die gehupt haben am meisten auf den Keks vor allem weil es in dem Fall dann war Xbox Controller war und da war dann das auf Select die Hupe und das hat man auch nie erreichen können um zurück zu rupen richtig hier meld mal so nebenbei ja man sieht immer kurz die Punktewertung zwischendrin nach den Rennen der Entführung liegt aber gut wenn man alle Rennen gewinnt dann ist man eben Entführung Ja die Strecke die Strecken kennen man ja alle schon ein paar Mal gesehen wird auch nicht das letzte Mal sein alle mit Schutzschild hier unterwegs von den Computer Gegnern allem defensiven Modus Zunächst einmal Hi Alcaris Willkommen bei uns im Stream Das ist der Endgame Sound Der Endgame Sound ist wahrscheinlich nicht gemütet Er ist nur sehr sehr leise Ich hab den Mainstream halt auf minus 30 Dezibel gestellt einfach aus dem Grunde damit man uns gut hören kann Ja Ja weil im Original Stream ist ja der Kommentar auch noch mit dabei und dann Ja Und ist halt ein bisschen schwer gegen den Mainstream dann anzureden wenn er halt gleich laut ist mit uns So jetzt wieder zurück in den Wrong Warp die Ladezone Ah verfehlt's Wie gesagt jetzt kommen wir jetzt wieder aus der Trophäenrennen raus nicht beenden in der Dino-Welt sondern wir wollen es in der anderen Welt beenden um da die Trophäe einzukassieren weil die Dino-Welt jetzt kommt er mit dem Auto raus in der Drachenwelt beim letzten Mal waren wir da mit dem Flugzeug und hier waren wir dann mit dem Auto ich glaub jetzt Flugzeug hat er vorher gewechselt damit er jetzt hier immer auf der Oberwelt wenn er aus den einzelnen Welten raus kommt dann auch das Flugzeug hat und hier auch direkt in die Karibik abbiegen kann und hier macht er dann ne nicht das Rennen völlig kurz macht er dann das Minispiel in dem Fall ist das Minispiel ein einfaches Abschießen allerdings haben wir keine drei Ballone wie jetzt bei Mario Kart glaub auch immer noch so die Regel ist hier haben wir acht Bananen und mit jedem Schuss verlieren wir aber zwei also ich weiß gar nicht warum da in zweier Schritten gerechnet wird aber ausgründen er schießt halt hier Timber erstmal ein bisschen ab hier gibt es glaub keine so Manipulation ist auch ein bisschen wahrscheinlich schwierig mit dem Wasser mit dem Wasser Willen da verlässt er sich auf sein Geschick oder muss er sich aufs Geschick verlassen jetzt hat er Lenkrakete aber gegen Didi lebt jeder noch das war knapp vorbei die Schildkröte fast abgeschossen jetzt haben alle zwei keiner will drauf gehen die Lenkrakete ging es nichts oh Timber schießt zurück klaut die Rakete und schießt nochmal ab jetzt wird es knapp jetzt hat jeder zwei das wird eng ja davon dehnen wir sich jetzt ist Timber auch draußen als nächstes sollte Timber sein ja wo versteckt sich Didi Didi wo ist er denn versteckt sich sehr gut ah da und weg damit hat er das Puzzleteil hier mit von Didi und dann wird es nochmal betreten um dann eben das Trophäenrennen zu beenden genau man kann sich jetzt hier wieder mit den Stachelkugeln erledigen wenn man draufhört hat das nicht gegolten als Doppelkill ok und damit sollte jetzt das Trophäenrennen beendet haben da kriegt man die Punkte hat nur 30 Punkte also drei Siege und dann eine Nullnummer und kriegt die Trophäe die zweite im Run und ja doch müssten fünf sein oder ach du scheiße Blood Dive Mindesthaltbarkeit bedeutet ja nicht definitiv ich hab jedoch beim Smoothie sollte man drauf achten meiner war drei Tage drüber hab ihn gebt wie ein Shoot äh der kam dann wie drei Shots Retour ouch ouch Blood Dive ouch mach's doch immer für Sachen Früchte nehmen's genau mit ein Haltbarkeitsdatum würde ich sagen ja würde ich unterschreiben die nehmen das nicht so lasch die abgepackte sagen ja Früchte und Milch genau genau Result final lap ja und volle Münzen zu Aal damit kann er komplett in die Überrundung gehen der führten oder ist zweiter Timber ist dritter Didi ist zweiter der Fachbegriff Verbrauchsdatum kommt ins Spiel das stimmt Ja da liegt auch die Münze am Strand sehr abgelegen die anderen auch an der ja ich glaube die den an der Wand wollte er eigentlich haben aber wenn du einmal abbounced hat man halt jetzt so hundertprozentig die Kontrolle also selbst wenn man weiß wo die Dinger liegen die zu treffen dann manchmal ist schwierig auch dieser Crash Sound äh 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 ähm Maiselbeast fragt gerade wofür muss man die Münzen einsammeln das ist die extra schwere Runde wir haben einmal den Boss besiegt und jeder Boss sagt dann hier kannst nochmal eine Challenge machen in der Welt und dann muss man jede Strecke nochmal schaffen und zwar indem man alle Münzen einsammelt alle acht und das Rennen gewinnt das ist einfach ein zusätzlicher schwieriger Modus den sich Rare da ausgedacht hat damit man länger Spaß hatte am Spiel weil Rare hat immer die haben ja auch so in anderen Spielen dann nochmal extra einen schweren Modus eingebaut also Blascorps kam dann irgendwann nochmal ja jetzt mach nochmal alles bisschen schwieriger die waren so drauf damals in der Zeit ja die Münze war zu weit weg warum da nicht drüber ist genau da muss man einmal oben über Schiff fahren und dann ins Loch weil da auch eine Münze liegt nicht nur unten rum entscheidet sich wird es wieder gegen die Münze da außen die hat er komplett verfehlt in der Mitte ja die Balance zwischen Speed und Münzen einsammeln schwierig also als Speedrunner hat man sich schon ungefähr eine Route festgelegt wie man halt vorgeht denke ich mal ja man weiß ja wo man hinfahren muss muss ja casual komplett suchen wo man keine Ahnung hat wo die Dinger dann liegen ja asozial man hat damals schon gewusst wenn man ein Rare Spiel gekauft hat dass es ein bisschen herausfordernder ist schwieriger wird mit der Zeit deswegen ist man ein bisschen enttäuscht wenn man dann so neuere Rare Spiele spielt so Viva Pinata die die jetzt dann nicht mehr so den Anspruch haben können trotzdem noch ärgern wenn dann kein Tier kommt in den Garten in Viva Pinata aber naja aber er hat sich halt verändert seitdem sie von Microsoft aufgekauft worden sind aber damals hatten sie wirklich so den Ruf schwierige Spiele zu machen ich meine nach wo ist wie heißt das Toads Battle Toads Spiel ich meine die haben die haben sich schon ein bisschen gebessert aber machen so Nintendo aber so die Marschrichtung die war schon noch vorhanden vorgehen mal die eine Münze ist komplett hinterm Wasserfall versteckt einmal Öl ablassen in die Karibik damit der Wal auch was davon hat die Fische es hat auch alles ein Gesicht also die Bojen glaube ich die lacheln einen alle an es gibt noch ein paar andere Dinge die auch einen mal angrenzen kriegt er mal den Exit wieder aus dem Rennen wenn das First erscheint und er Pause drückt und dann rechtzeitig rausgeht aus dem Rennen dann wird es als abgeschlossen gezählt und man muss nicht diese den indischen Elefanten auf seinem fliegenden Teppich sehen Tullgion du hörst schon Ton halt das Kommentar von Jim B und meinen paar Sätze die ich dazugeben kann aber ansonsten haben wir den Mainstream ein bisschen leiser gemacht einfach damit wir nicht gegen ihn anreden müssen weil wenn er gleichlaut wäre wie wir ja müssten wir quasi gegen ihn anbrüllen und das wäre auf Dauer nicht gut ansonsten könnten wir noch diskutieren wie laut gerade noch so erträglich ist beim Hauptstream aber ich glaube manchmal auch so eine Diskussion was noch geht manche können den anderen die anderen Sprachen vielleicht besser ausblenden aber das Spiel ist immer am leisesten weil dann halt der Kommentar vom spanischen Stream noch dazukommt und also ich kann immer damit leben wenn ich so halbwegs noch jemand höre aber gut jetzt höre ich mich auch selber erstmal ja da kann ich dir was empfehlen und zwar den Mainstream weil da wird auf Spanisch kommentiert weil das ist hier der deutsche System und da wir halt Deutsche sind wird hier auch naturgemäß auf Deutsch kommentiert ja aber der Runner kommentiert seinen Run selber auf Spanisch und es ist momentan auch nur der Runner also sonst keiner dabei macht die Morgenschicht alleine wohl sieht recht dunkel aus vielleicht ist er auch in Südamerika keine Ahnung Hi Dorian Also der Stream ist aktuell bei minus 30 Dezibel und es gibt immer wieder Ausschläge wie jetzt zum Beispiel gerade die dann auch im grünen Bereich sind also er müsste also das ist wenn der Runner mal einen kurzen Satz sagt ja und deshalb also solange das im grünen Bereich bleibt halt im unteren Viertel werde ich daran jetzt nichts ändern wenn man so gar nichts hört also er ist auf 30 Dezibel und ich sehe halt einen Pegel aber nun gut naja Audio ist immer so eine Wahrnehmungssache auch aber wenn es Feedback jetzt erstmal so ist ja ich habe es jetzt auf minus 20 Dezibel hochgestellt dann probieren wir es mal so auf jeden Fall sind wir drei Welten haben wir jetzt geschafft mit zwei Bossen in jeweils zwei Runden und jetzt ist er im dritten Trophäenrennen das natürlich wieder in der Dino-Welt stattfindet und dann in eine andere Welt ausgelagert wird weil ja die Dino-Welt diesen schönen Wrong Warp erlaubt und damit den Hauptglitch so in dieser Kategorie würde ich jetzt einfach so als Hauptglitch mal bezeichnen so ähm lol ist das der Freakshow oder was Konga abgeschossen sauber nice jetzt hat man was vom stream besonders das meshen ja genau das ist wahrscheinlich das lauteste die meiste zeit das ist aber auch so auf sprach lautstärke das meshen weil man eben rhythmisch den A-Knopf drücken muss um schneller zu sein weil wenn man nur den A-Knopf betätigt oder auf dem Gas das Gas drückt gedrückt hält dann erreicht man eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wird wenn man allerdings immer beständig den A-Knopf mesht das Gaspedal dann beschleunigt das Auto und das Rennauto hier das Kart ein bisschen höher als die Höchstgeschwindigkeit die man sonst erreichen würde und deswegen hört man mal das meshen bei Didicon Racing und guten Morgen du zu verarmert ich habe das Gefühl du bist noch nicht ganz wach so minimalistisch ist glaube das Layout von den Spanielern auch nicht dass wir das auch noch weglassen das Estimate ist ab und zu mal da und mal weg aber Konsole nicht also beim Randomizer Run vorhin war noch das Estimate da jetzt ist es weg das Estimate steht da oder achso ach nee ach das blendet sich um da stand die Konsole aber die Konsole ist dann auch mal kurz weg dann hat Lucifer auch im falschen Moment drauf geschaut so wie ich ja passiert ok wir spielen hier die ähm die Lava Welt jetzt normal und holen uns damit Trophäe in der Dinowelt wieder im Out of Bounce das haben wir jetzt das vierte Mal aber diesmal fahren wir über die Ziellinie oder fliegen und immer schön die Barrel Roll weil das auch die Höchstgeschwindigkeit erhöht mit dem Flugzeug wenn man das vernünftig macht dann muss man gar nicht mehr A drücken solange die Barrel Roll läuft nimm noch die Wand mit und dann nochmal über die Ziellinie und damit hat er 36 Punkte bloß ich bin nur neun Punkte ich bin wahrscheinlich nur als Sieger neun ich hätte jetzt gedacht zehn ja da steht die Trophäe jetzt in der Dinowelt und das wird er jetzt glaube ich nochmal machen ne und dann sollte es in die Drachenwelt gehen in die vierte der normalen Oberwelten in die vierte und letzte und dann nähern wir uns auch so einem Trend den Rare immer hatte nämlich Fake Credits da hat ja Rare einen auch mal etwas hingehalten haben die einen überrascht dass das Spiel dann doch etwas länger ist und man das Ende noch nicht erreicht hat er hat doch neun Punkte für den Sieger Mebio bei Kritik am Layout bitte ich dich an den Span 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 zu wenden weil da haben wir keinen Einfluss drauf ja wer kein Spanisch kann kann ich kritisieren das ist natürlich blöd die Spanier können auch Englisch müssen sie auch wenn sie GDQ Restream halt und auch GDQ kommunizieren ja ich hab auch eine englische auf meine englischen Anfragen eine englische Antwort bekommen von den zwei anderen Runs noch wo ich was wissen wollte wobei das die eine Antwort ein bisschen äh äh hakelig war aber man kann sich verstehen auf jeden Fall ja ich auf jeden Fall schreibe einfach mal jeden an der im Internet ist auf Englisch ja und verlange dass ich die äh Universalsprache bei Speedrunnern aber zur Zeit als ich Diddycon Racing gespielt hatte kann ich noch nicht wirklich im Brocken da hat man noch nicht in der noch nicht früh angefangen mit Englisch lernen so wie heute danach wurde Englisch auch nur fängt es auch erst rostig an oder ziemlich schlecht auch die Franzosen sprechen Englisch das kann ich bestätigen weil ich halt mit genügend Franzosen äh vom französischen Re-Steam halt kommuniziert habe so jetzt sollten da ist er irgendwo in was reingeraten Windturbalenzen oder was ich habe jetzt nicht gesehen warum er da halt so sich paar mal gedreht hat einmal wieder richten Winkel und mit dem Boost aus Out of Bounds raus und dann sollte eigentlich die Ladezone wieder erwischen nicht das Rennen beenden das machen wir jetzt in der anderen Welt wieder weil es fehlt noch eine Trophäe und zwar hier in der Drachenwelt jetzt kommt er wieder mit der Chance das Auto wo war denn die Tabelle nee das war ein anderes Fenster in das andere Tab Gott äh oder habe ich das geschlossen äh ich habe keine Ahnung ich hatte eigentlich die Übersicht irgendwo er ist zu egal auf jeden Fall hat man da die Chance halt mit Flugzeug oder Auto raus zu kommen in der Dino Welt äh Drachen Welt und wird jetzt dieses Rennen beenden und das glaube ich zählt dann in der Trophäe als gewonnen in dieser Welt also wir haben ja noch wir können das Minispiel wie wir das bei den anderen Welten gemacht haben nicht auswählen weil wir noch nicht den Schlüssel eingesammelt haben der ist auch hier sehr sehr gut versteckt also sehr 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 gut nicht hinter irgendeiner blinden Ecke oder so sondern ein bisschen fieser ja wir sehen hier viele Geister die machen aber nichts keine Buchus oder so da ist die Trophäe der Drachenwelt dreieinhalb Dinostrecken plus eine aus der Drachenwelt gibt Trophäe für die Drachenwelt damit hat er vier Trophäen für die Trophy Races das ist ja eine eigene Kategorie All Trophy Races zu fahren da fährt man dann eigentlich nur noch die Strecken mehr oder weniger aus allen fünf Welten ab Windmill Plains ich glaube die Lieblings meine Lieblingsmusik hier auf der Strecke und die Heuballen haben auch Augen weil Heuballen in dieser Welt leben das müsste also so die Conker Welt sein weil Conker leben ja die Heuballen und man kann sie auslöschen wenn man genug Heuballen auslöscht dann kommt der große Heuballen und macht einen auf Terminator also den Film möchte einen auslöschen als Spieler aber das ist ein anderes Spiel mit einem anderen Conker hier gibt es auch einen Out of Bounds Glitch allerdings ist das der schwierigste im Spiel und ich habe jetzt auch nicht gesehen dass Alan den jetzt wirklich in seinem PB hat er glaube auch nicht gemacht und deswegen sehen wir die Strecke hier auf normale Weise in GDQ haben sie es alle drei auf Anhieb geschafft das war äh ja aber da war auch die Creme de la Creme der Diddycon Racing Runner wie es halt bei GDQ üblich ist aber sehen wir auch die komplette Strecke hier wenigstens mal und sind im Ziel mit Cups es gibt den Schlüssel fandest du leichter hier zu finden als in der Wasserwelt Gondual weiss ich nicht hier mit dieser Frage von Perfekt nicht was jemand fragt etwas Perfekt oder nicht kann es nicht Ja gut, ist immer Ansichtssache Allerdings in einem Rennspiel 180 Grad nach innen zu schauen, ohne Rückspiegel Was das Spiel ja nicht hat Also so Rückansicht Das ist ein bisschen fies Wie ist das eingebaut? Wir sind ja eh schneller als die Als die Gegner Ja in dem Fall, aber wir waren als Kinder mit Dipsy unterwegs Mit der Maus Da ist man nicht schneller unterwegs Obwohl, wenn man den Schlüssel einsammelt Muss man ja nicht das Rennen gewinnen Muss man ja nicht unbedingt schneller sein Einfach Schlüssel einsammeln Und dann irgendwie finischen Genau Da langen sehr viele Blasen in der Mitte Wir haben einige grüne Ballons eingesammelt hier Didi immer vorne dabei irgendwie Wenn wir mal drauf achten Oder ich drauf achte hier Wo der rumkurvt Genau Auf den Türen steht auch immer drauf Wie viele goldene Ballons wir brauchen Um reinzukommen Jetzt sind wir hier Ich weiß gar nicht mehr wie die Strecke heißt Auf jeden Fall haben wir hier Die wilde Wasserfahrt Und dann geht es ins Schloss rein Über die Zugbrücke Und hier mit der Zugbrücke Und der Glocke Wenn man die betätigt Und dann sie bimmeln lässt Dann zieht sich diese Zugbrücke hoch Und man kann andere Gegner Einerseits dann ins Wasser fallen lassen In den Bock graben Dann können die nicht drüber Und das andere ist Wenn man sich dann 180 Grad umdreht Was man bei Rennspielen eigentlich wenig macht Aber in diesem Fall Kann man dann die Zugbrücke Als Schanze benutzen Und wir als Kinder Brauchten zumindest Den kompletten Boost Was er jetzt auch hat Aber den benutzt er jetzt im Schloss Okay Ja, der kommt auch so hoch Aber Ich weiß irgendwie noch Dass wir da immer Ein paar Boost Ballons eingesammelt haben Um da hoch zu kommen Obwohl Kann das sein Also hier ist auf jeden Fall der Schlüssel Wenn ich es noch nicht deutlich genug gesagt habe Mit der Zugbrücke Aber mal schauen, wann man den einsammelt Jetzt nicht Oder doch Jetzt die Glocke bedienen Und wrong way Natürlich Und dann Über die Kante Los, hoch, 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 hoch Jawohl Ja Das ist meiner Meinung nach der Schwierigste Schlüssel Der zu finden ist Sah auch schwierig aus Ja, da ist auch irgendwie eine Kante Die habe ich irgendwie nicht mehr so in Erinnerung Aber Das mit dem Boost Habe ich irgendwie noch so Erinnerungsfetzen Von Ja, man kann halt auch die Gegner nerven Das ist so Die andere Sache Genau Die Strecke haben wir jetzt gerade eben ja schon mal gesehen Aber da war das Das Ende von der Trophäen Vom Trophäentournament Jetzt macht das normal Klitschst du erstmal in den Baum rein Das war Ungewollt Ja, wie findet man das heraus? Also Wenn man irgendwo jemanden hat Der einem das sagt Dann Weiß man Wo der Schlüssel ist Das Spiel selber sagt einem das nicht Das lässt dich suchen Ja, super Und als das Spiel so rauskam 97 hatte man Eher wenig Internet Oder wenn, dann war es teuer Und Also mit Einwahl So Grr, grr, grr Modem Da war das dann halt so verbreitet Exzellent 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 Bueno, vamos con Smokey Erb Gondoral Okay, dann Hattest du den richtigen Instinkt Da mal die Zugbrücke hoch zu wollen Als Chance Als Chance zu benutzen Ja, das ist Das ist vielleicht so der Denkt man wahrscheinlich sich da mal als Kind Das möchte ich mal ausprobieren Mit der Logik Dass man mit dem Auto Eher das Wasser scheut Dann Ist natürlich der andere Kann schon schwieriger Zu finden sein Ja Weil mit dem Auto Muss man sonst eigentlich nie ins Wasser Jetzt der vierte Endgegner In der ersten Runde Und hier gibt es auch einen Out of Bounce Was er jetzt probiert Das ist so ein bisschen ähnlich Wie ein Windmühlen Auf der Windmühlenstrecke Oder Windmill Plains Heißt ja die andere Offiziell Versucht es nochmal Ja, okay Macht Restart Mal schauen, ob es noch was probiert Oder ob es einfach normal durchzieht Das Rennen Es ist halt ein bisschen schneller Wenn er einen Trick schafft Aber er muss erstmal Out of Bounce kommen Ja, der Drache lässt da so Wölkchen zurück Die haben die Mechanik Wenn man die Ölpfütze als Flugzeug benutzt Dann hat man auch so ein Ja, so versprühtes Öl Man hat so eine So eine kleine Gaswolke an Öl Oder was auch immer das ist Und wenn man da reinfliegt Dann crasht man Und genau so funktionieren auch diese Wölkchen Genau so Schön demonstriert Reingecrasht Ja, Marni Tipps vom Schulhof Die waren manchmal irreführend Also besser wirklich halt Magazin Da gab es Da gab es ja Gerüchte auf dem Schulhof Das ist ja Ich weiß nicht Kleinkindern kann man nicht vertrauen Magazine gehen auch eher her So mit heraus trennbarer Komplettlösung Gott, ich erinnere mich noch irgendwie An das Gerücht zu essen Dass man auf irgendeine Art und Weise Den Mentor von Ryo und Ken freischalten konnte Um den dann zu spielen Gott, das war Ja War natürlich nichts dran, aber trotzdem Ja, ich frage mich bis heute Wie sich das Mit dem Mazingno-Trick Bei Pokémon Wie das richtig ankam Eigentlich über den Schulhof Aber Kann ich mir noch Nein, WTF Stokes Bienes Dias Entschuldigung? Das war nochmal ein Deathmatch, aber nein, man musste hier die Bananen einsammeln. Man kann maximal zwei mitnehmen und dann in die Box reinpacken. Und wenn man dann zehn gesammelt hat, hat man gewonnen. Was irgendwie den Sinn, wenn ich so richtig überlege, dass man Leute abschießen kann, eigentlich absurdum fürbt, weil man ja schneller durch ist, wenn man alle Bananen sammelt. Also wenn man jemanden abschießt, dann verliert er die Bananen, aber man ist ja hier an der Ecke, wo er jetzt gerade unterwegs ist, man ist ja schnell zurück, wieder an seiner eigenen Ecke. Man sollte ja auch nicht zu weit weg fahren, weil sonst findet man seine Schatzkiste nicht mehr so leicht. Auch wenn sie gut ausgeschildert ist, aber kann man sich auch verfahren. Just watch what you're writing. What the fuck Stokes? Don't trust Autocorrect. Ja, hat eine gute Führung. Hat dann auch genug Bananen. Ja, nur eine Banane. Braucht schon zwei. Also das Wasser-Deathmatch, das war am spannendsten von den ganzen Milchspielen hier in der Runde. Damals das komplette Amulett von Titi, der Stoppuhr, die wir ja die ganze Zeit spielen. Ich glaube, man kriegt auch sonst irgendwie nichts Besonderes dafür. Oder man schaltet vielleicht vom Hauptmenü irgendwas frei. Ist jetzt aber auch nicht wirklich. Jetzt hat er Magneten mal eingesammelt. Wenn man dann zwei Regenbogen-Ballone hat, dann hat man stärkere Magneten. Ist allerdings nur sinnvoll, wenn man halt hinterher fährt, weil man sich dann erst an die Gegner heranziehen kann. Also für einen Speedrun eigentlich gänzlich ungeeignet. Oder wenn man Führungsluft halt schnuppert. Ja, jetzt wieder zweite Runde. Nach dem Endboss. Nachdem wir den besiegt haben, den Drachen. Hier wieder die zweite Runde mit Münzen einsammeln und das Rennen gewinnen. Deswegen sehen wir erst recht hier, kein Out-of-Bounds. Ist ein bisschen tricky auch wieder die Bodenboost zu bekommen unter den Windmühlen. Mit dem Flugzeug da muss man wirklich nach unten halten, richtig. Jetzt hat er alle Münzen und Letzte Runde Vollgas. Ich hoffe, gerade mit den Barrel Rolls um wieder schneller zu werden. Das ist wahrscheinlich irgendwie die Physik-Mechanik oder so, dass man dann halt ein bisschen Boost bekommt aus dem Trick. Und das macht dann einem schneller, als wenn man normale geradeaus fliegt. Okay. Ich bin mal gespannt, bei welcher Endzeit er landen wird. Ja, wir haben ja noch eine Welt. Ja. Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine PB wird. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt das Estimate sprengen wird. Außerdem gab es in diesem Fall auch kein Incentive, was halt das Ganze ein bisschen verlängern könnte. Nee, wir sehen ja eigentlich auch alles. Wenn dann was. Erst irgendwas Lustiges oder ein extra. So an sich sehen wir ja Kommt nicht in den Tunnel direkt rein. Ansonsten sehen wir ja alles in 100%. Ein paar Mal die Dino-Strecken extra. Aber das ergibt sich halt so aus der Route, aus den Tricks. Ja, aber das Button-Mashing, das hört sich schon sehr ähnlich wie auch in Wafers 64 und so an. Wo ich es noch am meisten herkenne, weil ich das mehr spiele jetzt oder auch aktiv auf den Leader-Bots bin. In Digital Racing fehlt mir halt die richtige Version oder irgendwie das Setup. Mich da mal ranzuwagen. Zumindest aus Wave Race 64 Sicht kann ich sagen, man gewöhnt sich an Smashing. Man hat Zeit. Ist auch eher rhythmisch, also das ist nicht so Dauer-Gemäsche. Kann man so einen Rhythmus behalten. Ziemlich eckige letzte Runde. So, wir 30 Ballons gehen's in die nächste Runde. Wieder ein Schloss. Ja, die Musik ist halt wieder grandios, wie's halt bei Rare üblich ist. Ja, aber die Rennspiele zur damaligen Zeit, die hatten auch so halt gute eigene Musik. War ja, Wave Race 64 waren ja ähnlich in 64 Zeiten, Mario Kart, Diddy Kong Racing, hab noch. Weißt du, zur Xbox-Zeit, dann gab's noch auf einmal Radiosender, die dann so einen Mix aus echter Welt-Musik hatten und irgendwie Songs, aber da dann so was selbst komponiertes. Und hier wechselt auch die Musik, also wenn man im Schloss ist, dann ist das eher so die und man draußen ist ist glaube ich auch die einzige Strecke, die da die Musik ändert, während man fährt. Und auf dem Minimap unten rechts sieht man auch den Burggraben, also es ist dieser Kreis da. Kann man im Kreis fahren, wenn man da reinfällt. Wird auch schöner früher Abbruch. Ne, 37 war komplett falsch mit, als ich mal gesagt hab, wie viel Ballone wir einsammeln. Erst doch über 40. Da am Ende der Runde, da gibt's ja auch immer so ein Gitter, das so halbwegs runde steht, aber das ist eigentlich, es macht nicht wirklich was, bewegt sich auch nicht. Es ist existent. Es hängt so halb irgendwie drin. Wasser mit dem Auto. Da hat er kurz die Orientierung verloren. Im Kreisverkehr. Kann passieren. Autsch. Da müsste er doch in irgendwo reingefahren sein, weil die Gegner sind zu weit, Eck. Da kurz auch über den Boost gesprungen, ist auch manchmal nervig. Man hüpft ja ziemlich viel rum, dann verfehlt man ab und zu mal so einen Booster, auch selbst mit dem Auto. Und der Endboss erzählt uns wieder, dass er uns einen besonderen Preis gibt, wenn wir ihn nochmal besiegen. Das ist ja kein Problem für uns. Ja, mal schauen, ob er den Out of Bounds noch... Oh. Looping in die Decke. Ja, okay. Looping in die Decke ist natürlich sehr praktisch. Das ist halt, wenn man Barrel Roll, also dann hat man den Erd-Knopf zur Seite ist die Barrel Roll. Wenn man aber nach vorne und nach hinten drückt, dann macht man halt ein Looping. Das ist relativ nah beieinander. Also kann man auch mal die Eingabe sich vertun. Ich glaube, es lässt... Ne, probiert es nochmal. Dann wird es aber auch resetten, wenn es nicht nochmal schafft. Der ist dann doch ein bisschen... Reset. Der ist dann doch zügig unterwegs, der Drache. Weil Spiel wird ja nicht leichter. Wir schreiten ja immer weiter voran gegen Ende. Wir hatten das ja schon... Rare-Spiele sind nicht einfach. Auch wenn, glaube ich, wirklich das Top mit Battletoads irgendwie nie mehr erreicht wurde. Ne, jetzt macht es auch normal. Da muss halt irgendwie der Winkel stimmen und mit Boost und dann geht es dann irgendwie über die grünen Berge hinüber. Man kommt dann im Out-of-Bounds raus. Aber es ist Gott sei Dank jetzt nicht so der... für den Run nötig, so wie jetzt der Vulkan-Glitch um und Out-of-Bounds geht, der scheinbar relativ einfach geht. Aber jetzt auch noch nicht selber ausprobiert. Müsste ja eigentlich mal... Es müsste ja auf Palters eigentlich auch gehen. Dicom Racing hatte ja so ein bisschen ein Problem, dass dann immer durch... Dadurch, dass Rare ja dann von Nintendo weggegangen ist, dann hatten sie das Lizenzproblem und konnten das Spiel dann auf Rare Replay nicht rausbringen auf der Xbox und ich glaube Virtual Console ist dann auch irgendwie nie rausgekommen. Es gab nur dieses komische DS-Remake, wo sie sich irgendwie halbwegs einigen konnten. Da war ja Rare irgendwie auch schon bei Microsoft. Aber die meisten N64-Spiele, wo halt die amerikanische oder japanische Version besonders gut läuft, würde man halt auf Virtual Console glaube ich am ehesten zum Laufen bringen, anstatt sich die... Wenn man jetzt nicht die japanische Konsole zu Hause hat, muss ich zumindest mit den anderen Titeln... Genau, jetzt das Monument draußen am Berg, das erwacht zum Leben mit Witspeck, weil wir jetzt ja alle vier Endbosse zweimal besiegt haben und jetzt können wir hat seinen Mund offen und da können wir jetzt mit dem Hikogi dem Flugzeug reinfliegen. Also Hikogi ist wieder in japanisch dran im Menü. Genauso wie das Race Car und der Hover oder Hopa. ist Endboss Time. Und dann kommen ja auch die ersten Credits. 946 Also das kann nicht dieses eine Rennen gegen den Endboss sein. Da muss noch ein bisschen was kommen. Ja, ich sage ja die ersten Credits. Okay. Es ist ja rare zur damaligen Zeit, da sind Credits nicht gleich Ende des Spiels. Ja, das ist ein bisschen tricky, weil man hat halt viel Wasser mit dem Auto und man muss immer die Booster wischen. Um schnell zu seiner Zwitzpick. Also das Hexenschwein Zaubererschwein Wizardpick Zwitzpick kurz sein Name und der hat uns irgendwie den Urlaub verdorben auf der Insel wo eigentlich alle Urlaub machen wollten auch wenn irgendwie alles schön grün ist und irgendwie nichts darauf hinweist wirklich auf der Insel dass da viel Chaos ist aber lacht immer böse das Witzpick und hier hat auf der Rennstrecke ist zumindest das Wetter verdorben und deswegen müssen wir ihn besiegen hat jetzt auch einen guten Vorsprung und da da fehlt mal der Boost dann fehlt die Reichweite übers Wasser hinweg und dann kommt natürlich näher wenn man langsamer unterwegs ist dann schick Okay. Ja, da hat er resetet, weil da kommt eigentlich die erste Credits-Szene, also alles ist immer am Feiern, wunderbar, alles ist schön und wieder friedefreier Eierkuchen in der Welt, bis dann ein Witzpick wieder auftaucht und die ganze Party wieder zerstört. Und zwar da unten am Leuchtturm, es gibt nämlich in diesem Spiel eine Geheimwelt und zwar muss man in der Nähe hupen dieses Schildes, wo man die Trophäen hat, die Trophäen angezeigt werden, die man hier eingesammelt hat in den vier Welten und dann stellt sich heraus, der Leuchtturm ist kein Leuchtturm. Ein Raumschiff, eine Rakete. Ja, mit der Rakete geht's hoch ins Weltall. Und damit kommen wir zur letzten Welt. In der Weltraumstation. Und da haben wir mehr so ein Space-Thema. fliegende Asteoriten, Raketen, Raumschiffe. Das ist jetzt so. Es wird richtig abgespaced. Genau. Die fünfte in letzter Welt. Ja, und da muss man jetzt auch wieder alle Rennen gewinnen. Dann nochmal Münzen. Und dann will Witzpick noch ein Rematch. Und deswegen zieht sich das mit dem Ende. Ja, und Fake-Credits. Gut. F.S. auf Anhieb nur Donkey Kong Country ein, wo sie es mal gemacht haben. Wo man auch den Endgegner besiegt und dann heißt es, nee, nee. Und doch, das sind die falschen Credits, die wir hier angezeigt haben. Es geht noch weiter, das Spiel. Mhm. Ja, aber ich kenne es sonst eigentlich von, von keinem Spiel, wo es so wirklich sagt, hier, Edge-Batch. Gar nicht das Ende. Deswegen würde ich sagen, es ist so eine rare eigene Sache, die sie da ab und zu durchgezogen haben. Ja, man kann auch abgeschossen werden vom Raumschiff, deswegen. Nice. Das durchfliegen oder eben ein Schutzschild anhaben. Aber es ist ja hier im Überrundungsverkehr schon wieder mit Banjo. Und neben Panda. Die werden mit Namen auch alle im Intro mal vorgestellt, wenn man die kennenlernen will. Namen sind schon drauf. Das ist wichtig für die Geschichte. Es hätte aus jedem Jahr ein großer Videospielheld werden können, so wie Banjo. Und Conker war es ja mehr oder weniger so halb, weil er hatte ja schon sein erstes Spiel, aber noch nicht ganz. Aber Banjo-Kazooie, glaube ich, kam danach raus. Genau, hier gibt es wieder ein Looping. Da kann man auch gewollt rausglitschen und eine Runde überspringen. Würde er wahrscheinlich nicht machen. Wir haben es mit GDQ einmal gesehen, von einem der drei Runner. Und dann hieß es von Kommentatoren vom englischen Stream, dass es auch ein bisschen verrückt ist, das hier durchzuziehen. Man kann, glaube ich, auch eine komplette Runde verlieren. Also das Spiel ist dann auch wieder verwirrt, in welcher Runde man ist. Und man kommt irgendwie am Startziel dann raus und spart ein bisschen Zeit, aber nicht so viel. Also es hat das Rennen nicht entschieden. Es ging um ein paar Sekunden irgendwie im GDQ-Rennen, deswegen hat es das halbwegs gemacht. Du hattest recht, Diddy Kong Racing erschien 1997 und Banjo-Kazooie 1998. Ja. Das hätte ich jetzt einfach gefühlmäßig so gesagt. Aber ja. Um das nochmal bestätigt zu haben. Ja, immer mit Vollboost durch die Loopings. Das war zwingender Spieler. Ist dann auch siegreich durchgekommen. Ähm, was weiß man, wie war? Doch, jetzt sind wir Halbzeit erstmal in der ersten Runde. Äh, was kam an der Stelle? Ähm, ja, ich glaube, an der Stelle kam jetzt nochmal das mit dem Trophäen-Glitch. Und deswegen geht auch nochmal in die Dino-Welt, um da wieder die ersten drei Strecken anzuschauen, weil wir die ja so lieb gewonnen haben jetzt mittlerweile im Run. Und dann den Glitch nochmal zu sehen im Vulkan. Also wieder zurück zu den Anfängen in der Dino-Welt. Ja, hat sich wenig geändert, ist immer noch so. Kann man immer noch platt gestampft werden, schafft aber nie hier. Conker ist letzter, toll. Wird sich auch mal ein bisschen mehr beeilen. Wollt den Arsch hochkriegen und sich ran eilen. Oh, kann man zwischen die Füße. Kein allzu großer Timeless. Ja, aber der Dino dreht da auf ewig seine Runden. Und auf allen anderen Strecken steht er irgendwie dann nur so an der Seite. Schwierig da, dem in die Quere zu kommen. Mhm. Sammelt hier auch die Bananen ein, deswegen nicht die Abkürzung über den See. Um eben die Höhe der Geschwindigkeit da zu erreichen mit maximal 10 Bananen. Da hängt sich ein Baum. Also Weltrekord wird es schon mal nicht, weil der ist schon vorbei. Ob es eine PB wird. Ich glaube er nicht. Also ich glaube er wird so ein, zwei Minuten wieder rüberlegen. Weil halt ein paar Sachen nicht ganz auf Anhieb geklappt haben. Ja, ich glaube sein Estimate ist ganz gut gewählt mit 2,15. Er hat jetzt nicht nirgends einen groben Schnitzer oder so sich geleistet. Aber zum einen hat er bei einem Rennen musste er neu starten, weil ein Trick nicht funktioniert hat. Und dann halt so Sachen wie jetzt eben, dass er zwischen den Dinobeinen hängen geblieben ist. Also es war jetzt nicht ein grober Schnitzer, es waren halt so mehrere kleine Sachen, so was mir das aufgefallen ist. Ja, wir haben den Drachen-Boss mal wiederholt, weil er versucht hat, Out of Bounds zu gehen. Dann hat es dann doch normal gespielt. Andere Sachen, die grob waren, vielleicht. Das eine Deathmatch-Minispiel hat nicht so geklappt, wie man das haben wollte, manipuliert. Wo man die KI manipulieren kann. Das andere, wo man nicht die KI manipulieren kann. Da hat sich irgendwie jeder geweigert, sich gegenseitig abzuschließen. Jetzt ist Conker mal Dritter. Ich habe immer so ein bisschen Auge auf Conker, weil es gab dann ja Conker's Bad Third Day, das war mein erstes Conker-Spiel dann auch. Da bin ich dann auch mit dem N64 mitgewachsen. Dass man aber auch Ende so halbwegs noch Conker's Bad Third Day bekommen hat als Spiel. Das ist ja wahrscheinlich das erwachsenste Rare-Spiel ist vom Humor und so. Ja. Genau. Jetzt wieder den Wrong Warp, Out of Bounds. Und dann in die Ladezone an der Start-Ziel. Im Start-Ziel-Banner drunter hinweg. Und dann kommt man in der Drachen- oder Asien-Welt hier raus. Da sind wir die ganze Zeit entweder mit dem Flugzeug oder mit dem Auto innen drin. Und ja, die Rakete ist weg, der Leuchtturm auch. Und dann kann man aber an der Stelle sich dann hoch teleportieren. Jetzt muss er ein Rennen hier beenden, um das Trophäen-Rennen, das ja noch läuft im Spiel, zu beenden. Und da, wo man dann das letzte Rennen beendet, da kriegt man ein Trophäe. Und so kriegt man dann die Weltraum-Trophäe etwas schneller. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Insgesamt der fünf Welten sind ja so gemacht worden. Und da gibt es auch ein Out of Bounds. Und zwar ist da oben, da fehlt eine Wand und Textur. Und soweit ich das mal gehört habe, nur in der japanischen Version. Und zwar hätte er da in diesen Trichter reinfallen müssen. Aber das hat er nicht geschafft. Da ist er Trichter mehr oder weniger an der Seite vorbeigedotzt. Vielleicht macht er es nochmal. Auf jeden Fall kann man da auch Out of Bounds gehen. Aber man muss halt oben eher drüber, über den Trichter andotzen, um dann nach unten zu fallen mit dem Geschwindigkeitsverlust des Flugzeugs. Und dann hinaus in die weite Welt des Out of Bounds zu kommen. Ja, irgendwie Seer of Thieves ist schon Rare. Aber das Rare, was jetzt bei Microsoft ist, ist nicht dasselbe Rare, wie man es jetzt hier bei Diddy Kong Racing sieht. Da gab es halt seitdem ein paar Abgänge. Ja, ich frage mich auch immer, seitdem ich das Entwickler-Kommentar, den es auf YouTube gibt für Kongress Bad Fur Day, inwiefern Rare wirklich so eine einheitliche Gemeinschaft war. Weil da hat sich das so angehört, als wären das ein paar unterschiedliche Entwicklerteams, die auch ein bisschen Konkurrenz standen, sich gegenseitig über sich lustig gemacht haben. Und ja, jetzt ist er Out of Bounds. Schaut wieder auf die Minimap, dass er alle Checkpoints immer erwischt. Damit das Spiel auch erkennt, dass man das Rennen beendet vernünftig. Äh, die Rennstrecke. Und dann kriegt er die fünfte Trophäe der fünften Welt. Und damit fehlen jetzt nur noch ein paar normale Rennstrecken. Zwei hier und dann nochmal vier Münzen und ein Endboss. Wobei von, also Seer of Thieves soll ja auch mittlerweile dann besser geworden sein, ne, als Spiel. Nur so den Ruf. Ich, also es wurde bei uns ein paar Mal gezeigt, aber ich selber, ich hab's nie gespielt. Daher kann ich's nicht beurteilen. Jetzt wieder Out of Bounds Versuch. Ja, genau. Oben an dort, oh, da fällt er rausgeklippt aus der anderen Seite. Hätte fast funktioniert, aber da hat das Vorwärtsmomentum gefehlt. Wie? Mal kurz bei uns die Quelle refreshen. Und dann? Nee, das stand bei uns auch, aber ich hab die Quelle refresht. Also, alles in Ordnung. Nur kurz Panik. Schauen, jetzt müsste das letzte Out of Bounds, ne. Jetzt hat er den Schutzschild. Nicht, damit er dann, falls er abgeschossen wird. Okay, kommt raus. Weil in dem Gang wird halt heftig geschossen von allen Seiten. Er ist, äh, nur da im Kreuzfeuer und dann hat man das Schutzschild zur Abwehr dabei. Aber jetzt haben wir da auf der Minimap, letzte Runde. Wird wahrscheinlich der letzte Out of Bounds sein, weil im letzten Teil ist, wenn man ja Münzenrennen machen und Münzen gibt's nicht nur Out of Bounds. Zum Beispiel. Ja, geht jetzt auch in den Bounds, oder? Um die Cutscene abzubrechen. Damit er das, äh, sehen kann, glaub ich. Also, auf jeden Fall auf Spanisch irgendwas mit Cutscene gesagt. So viel hab ich verstanden. Ah ja, ähm, dann kann man auf Reset gehen und, ähm, dann kommt man nicht in die Operwelt zurück. Dann kann man direkt das, das Rennen neu starten und bekommt das Münzenrennen. Gleich auf Anhieb. Wo man noch gar nicht draußen war. Back to back, normales Rennen und Münzenrennen. Also, eigentlich würde man dann nach dem Ende des Rennens zurückgeschickt werden auf die Oberwelt, aber... Das hat er hier mit seinem guten Timing, das Pause, Buttons, Startknopfes, gut getimt, dass er direkt hier gelandet ist. Hat auch alle Münzen schon. Vielleicht geht er dann doch Out of Bounds in der zweiten Runde. Wir werden es sehen. Hand, da sieht man mal in Führung. Scharfschutz und raus. Ja, sauber Druck geführt. Dann hat man auch genug Platz für die Barrel Roll. Um da die höhere Geschwindigkeit mit dem Flugzeug auszunutzen. Ja, ich glaube, die Strecke ist ein bisschen schwierig mit den anderen Fahrzeugen, aber ich glaube, an der einen Stelle, wo man mit Luft, wo so ein Luftzug herrscht, wird man auch mit anderen Fahrzeugen aber langsamer dann nach oben transportiert, dass man auch mit den anderen Fahrzeugen die Strecke fahren kann. Hat die Strecke jetzt schon durch keine Checkpoints, die man durchfahren muss? Fragt man die Mibio? Doch, doch, aber die Checkpoints, die erwischt er trotzdem Out of Bounds. Deswegen schaut man auch auf die Map, dass man dann den Pfad entsprechend abfährt und die Checkpoints dann auch erwischt. Also wenn er am falschen Punkt Wrong Way angezeigt bekommen hätte, dann hätten wir gesehen, dass er einen Checkpoint verpasst hat, aber wenn er Out of Bounds war, dann hat er eigentlich immer die Checkpoints bekommen. Also ja, die Checkpoints, die ja die meisten Rennspiele haben, damit man, damit das Spiel feststellen kann, dass man auch richtig unterwegs ist. Es war eine super Kombination, da hat er gebremst, um über den Booster nicht drüber zu springen, aber vor dem Booster lag da noch eine Ölpfütze und dann hat es sich eigentlich wieder negiert, das Ganze. Da jetzt machen wir es ein bisschen langsamer, genau, und dem Vorsprung aus dem Tunnel raus. Und dann geht es in zickzack, in den 90 Grad Kurven da rum. Und dann geht es in zickzack, in den 90 Grad Kurven da rum. Timber führt als zweiter. Ha. Ja, und direkt nach Startziel wieder rechtzeitig das Renn resetet, um dann direkt das Münzenrennen zu starten. Ja genau, er hat da versucht, die Checkpoints zu fahren, sonst wüsste ich nicht, wie so der Flugpfad aussehen sollte, aber die Runner fliegen so, weil sie eben die Checkpoints erwischen müssen. Gibt es auch eine schöne Übersicht, ein Guide, wo man dann angezeigt bekommt, von der Minimap, wo man da ungefähr langfliegen muss, damit es passt. Mhm. Aber das Spiel sagt einem dann irgendwann auch, also wrong way. Du bist ein bisschen falsch unterwegs, du versuchst vielleicht mal einen anderen Weg. Nein, 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 wrong way. Ehe he 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 he. Baah, fast Konga. Also eigentlich, von den normalen Fahrern sollte, glaube ich, der Hahn der schnellste sein. deswegen ist er auch eigentlich verwandelt als Frosch mit Mütze aber die großen schweren Fahrer, die haben natürlich nur das Problem, dass sie sich noch beschissener steuern lassen und Träger als irgendwie gefühlt ohnehin alle anderen also deswegen haben wir als mein Bruder und ich als Kinder so Dipsy halt gewählt, weil das noch die beste Steuerung war, die wo man auch vernünftig links und rechts lenken konnte und alle anderen immer Träger wurden es gibt auch ein Cheat da kann man dann im Multiplayer denselben Charakter, also denselben Charakter kann man eigentlich nicht auswählen, aber mit einem Cheat, im Cheat Modus, im Passwort Modus, kann man dann denselben Charakter zweimal auswählen dann ging es auch im Multiplayer, musste man sich nicht um die Maus schlagen das hätte vielleicht so ein Incentive, ich weiß gar nicht, ob es irgendein lustiges Passwort oder so gibt aber ich glaube, da gab es eins da kann ich mich nicht aus da sind sich auch irgendwelche Scherze eingebaut in Kong is Bad for Day konnte man ja ein paar Flüche eingeben dann gab es auch Kommentare vom Teufel Teufelchen vom Flammenteufelchen was da auf die Passwort-Tastatur aufgepasst hat im Hauptmenü und Pipi ist jetzt übrigens seit ein paar Sekunden vorbei und guten Morgen Yuki stimmt oh, da hat er auch die Münze vergessen verfehlt ja, der Run hat scheinbar auch ein paar Variationen je nachdem, wo man halt RNG-mäßig rauskommt aus dem Wrong Warp es ist zumindest in dem einen Guide irgendwie erwähnt oder angezeigt, dass man bei dem Elefanten scheinbar rauskommen kann aber das ist kein einziges Mal passiert wo ich das jetzt gesehen habe ja, ich weiß Yuki du bist immer noch wach das ist ja schon bei uns im Discord geschrieben was gerade bei dir los ist aber trotzdem können wir dir einen guten Morgen wünschen und dass du dann hoffentlich noch ein bisschen schlafen kannst ehe du dann wieder aktiv werden wirst dann geht's auch gleich mit dem Frühstück weiter Vanille Kipfer ich werde mir nach dem nächsten Run Mittagessen machen Stimmt, mittlerweile haben wir Mittag sind wirklich schon fast zwei Stunden rum ja, das ging flott ich habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen träger vorgestellt aber es geht also dadurch, dass jetzt immer wieder was los ist und immer wieder was auf dem Bildschirm geschieht was halt erklärt werden muss und so ich habe mal beim drüberschauen überlegt ob das irgendwie für zwei Stunden genug zu erzählen ist aber ich glaube da haben wir genug zusammenbekommen kurzweilig naja ja unser Runner, der sammelt immer noch Münzen ein in der letzten Runde muss jetzt mal alle kriegen mach jetzt auch langsamer, damit er nicht vorbeispringt das ist das Hauptproblem das Auto versprengt und man ein bisschen zu schnell ist über die Kante und dann ist man ruckzuck an der Münze herbei da haben die Computerkollegen ja einige Stachelbären abgelegt nach der Startzielklinie okay ja und damit das sieht jetzt nach Finale aus ja und damit gibt es die Revanche mit Witspeg diesmal auf der Rakete reitend Moin Naga ja mit der Rakete ist Witspeg ein bisschen schneller unterwegs und diesmal wir im Flugzeug kein Autorennen beim letzten Mal und damit das entscheidende letzte Rennen um wieder Frieden auf diese Urlaubsinsel zu bekommen noch maximal dramatisch Musik und natürlich stürzt die Höhle ein und es gibt Elektrobarrieren läuft und out of bounds sauber gemacht da hat er auch den Boden muss er drauf achten jetzt sieht er sich ja selber nicht mehr in der Minimap ob er da wie gesagt er hat die Checkpoints und da wrong way ähm da scheint er was verkehrt gemacht zu haben dann muss er hier unten links auf der Minimap den Punkt erreichen jetzt haben wir jetzt gerade den Punkt ne jetzt gerade zum Schluss kriegen wir es demonstriert wie das aussieht wenn man den Checkpoint nicht erwischt jetzt hat er wieder einen richtigen Weg jetzt ist er wieder wrong way okay verlegt sich er reset ja da hat er irgendwie ist er an der Start-Ziellinie vorbeigeflogen dann kam er auf einmal wrong way dann hat er scheinbar den Checkpoint nicht erwischt also mit dem Estimate wird's knapp das stimmt jetzt allerdings 16 jetzt sind wir gleich bei 214 und wieder out of bounds können wir jetzt schauen unten links die Ecke erwischen ja schaut gut aus dann die Start-Ziellinie das Bunde da unten liegen ja Runde 2 und dann ins nächste Eck ja ein Checkpoint erwischt und damit auf in die letzte Runde des Spiels ah doch nee Zielinie verfehlt muss er dann ganz nochmal unten links den vorletzten Checkpoint nee das ist ja auch wrong way jetzt ist er gleich auch mit dem Schwein Witzpick da der blaue Punkt auf der Minimap final lap final lap okay jetzt ist er in bounds zurück für den letzten Teil ich weiß nicht ob das nötig war aber auf jeden Fall beendet das jetzt so das Rennen hat jetzt genug Vorsprung wird damit auch gleich den Run beenden letzte Gerade an Astorin vorbei und Time so wo bleibt der Tamer stehen wo 15 5 5 5 Sekunden unter ne 5 5 Sekunden überestimate die knappe Minute und dann irgendwie Malfunction mit der Rakete von Witzpick und ich glaube er ist nie wieder gesehen bis aufs Remake aber sonst gab es ja glaube kein Spiel mehr mit Witzpick im Videospiel Bösewicht verloren gegangen in in der Zeit mit der großen Explosion gibt es eine Abblende und Whitzpick und mit der Mро ination Vielen Dank.